Applaus Also das ist wirklich unmöglich. Heutzutage ist es so schwer, gut das Personal zu finden. Weißt du, erst letztens habe ich mir einen neuen Butler gezugelegt. Und ich habe von ihm verlangt, er soll mich retten, mit mir zu Fenster springen und dann mich zu Hause wieder absetzen. Und er hat mich gerettet, wir springen aus dem Fenster. Wir kommen und dann, was ist? Ist er tot? Also es ist wirklich unmöglich. Du Trottel kannst doch nicht einfach einen aus dem Tierheim holen. Wenn sie mir nun bitte folgen würden. Hier haben wir natürlich ein besonders schönes Exemplar, aber ich würde sagen, es ist etwas schüchtern, also nicht zu weit empfehlen. Also für Tierfreunde würde ich natürlich das empfehlen, aber nun ja, der Dreck ist zu beachten. Und für die alle Pferdefreunde natürlich mit einem Pony. Also, nun ja, wenn ich ihn aussuchen müsste, ich würde es nicht nehmen. Also... Ein Horn! Ein Grund mehr! Aber wenn Sie auf Hörner stehen... Ich hoffe, Sie haben einige Exemplare gefunden, die Ihnen gefallen haben. Rufen Sie uns einfach an, wenn Sie etwas gefunden haben, was Ihnen gefällt. Also, ich würde meinen Sebastian nennen. Kleines Tantrum. Bye-bye! Ich danke für Sie! We'll see you soon. Bye-bye! Und, be summe